Ja, Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Schuldrecht-AT-Videoreihe. Wir werden uns heute mit der Aufrechnung nach Paragraphen 387 fortfolgende BGB beschäftigen. Natürlich ist auch die Aufrechnung ein Erlöschensgrund. In vielen Fällen ist es in Anführungszeichen nur ein Teilerlöschensgrund. Warum das der Fall ist, das schauen wir uns in diesem heutigen Video an. Und ich möchte euch hier in diesem Video wirklich auf eine möglichst einfache Art und Weise die Aufrechnung näher bringen, die, das muss ich zugeben, am Anfang bei den Studierenden immer so ein bisschen auf Widerstand stößt, weil das Ganze sich so ein bisschen schwierig vielleicht anhört oder vielleicht schwierig aussieht. Aber ihr werdet gleich sehen, dass das Ganze eigentlich relativ simpel ist. Und wir sollten die Aufrechnung übrigens sehr gut kennen, weil die Aufrechnung ist sehr, sehr beliebt, wird also sehr gerne abgefragt. Dementsprechend sollten wir hier wirklich sattelfest wissen, wie wir das Ganze prüfen. Ich lese einmal die zentrale Norm der Aufrechnung vor, nämlich Paragraph 387 BGB. Schulden zwei Personen einander Leistungen, die ihrem Gegenstand nach gleichartig sind, so kann jeder Teil seine Forderung gegen die Forderung des anderen Teils aufrechnen, sobald er ihm die gebührende Leistung fordern und die ihm obliegende Leistung bewirken kann. Und wir schauen uns jetzt erst einmal einen kleinen Beispielfall an, an dem ihr die Aufrechnung schon sehr gut verstehen werdet. Alberto A. und die Lara D. schließen einen Kaufvertrag über eine chinesische Ming-Base zu einem Preis von 3400 Euro ab. Als A. von D. die 3400 Euro verlangt, verweist D. darauf, dass sie mit einem Anspruch gegen A. aus Werkvertrag für die Reparatur einer Tischlampe, bei der eine Vergütung von 200 Euro vereinbart worden ist, aufrechnen möchte. So, was würden wir jetzt hier machen? Wenn wir jetzt hier also die Fallfrage hätten, hat A. von D. einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung? Dann würden wir ganz normal unsere Prüfung starten, würden feststellen, im Anspruch entstanden, okay, Kaufvertrag zwischen A und D liegt vor und würden dann zum Anspruch erlöschen kommen. Und hier würden wir dann prüfen, ob aufgrund einer Aufrechnung hier in diesem Falle ein Teilerlöschen vorliegt, beziehungsweise ein Erlöschen. So, denn die D wollte ja hier mit einer anderen Forderung ihrerseits gegen den A aufrechnen, nämlich mit der Forderung über die 200 Euro hinsichtlich der Reparatur der Tischlampe. So, und wenn die Aufrechnung jetzt hier durchgehen würde, das sollte sie im Regelfall tun, dann würde die D hier 200 Euro weniger zahlen, da eben hier der andere Anspruch verrechnet wurde mit den 3.400 Euro, sprich, sie müsste nur noch 3.200 Euro zahlen. Super simpel. So, hierzu auch noch ein kleines Schaubild. Also wir haben A und wir haben D. So, der A verlangt jetzt von D eben die Kaufpreiszahlung nach § 433 Absatz 2 BGB in Höhe von 3.400 Euro. D sagt, ich rechne auf, ich möchte gerne mit einem anderen Anspruch, den ich meinerseits gegen A habe, möchte ich aufrechnen, das tut sie dann auch. Und wir müssen dann logischerweise natürlich auch inzident prüfen, ob der Anspruch der D auch besteht. Ja, wir können jetzt nicht einfach annehmen, dass er besteht, wir müssen prüfen, ob dieser Anspruch besteht. Und das wären jetzt hier 200 Euro, sprich, es würde eine Restschuld der D in Höhe von 3.200 Euro übrig bleiben. Das heißt also, dass der Anspruch des A hier nur teilweise erloschen ist, weil er ja weiterhin besteht und er weiterhin 3.200 Euro von der D verlangen kann. Wir würden in diesem Falle die Prüfung weiter fortsetzen und würden dann zum Anspruch durchsetzbar kommen. So, jetzt aber eins nach dem anderen. Wie prüfe ich denn die Aufrechnung? Ja, so gutachterlich. Das ist jetzt hier das Schema der Aufrechnung. Ich weiß, es sieht jetzt auf den ersten Blick nach sehr, sehr viel aus. Aber die einzelnen Punkte sind relativ schnell abzuhaken. Und ich habe das Schema extra etwas ausführlicher für euch erstellt, damit es etwas klarer wird. Ich hätte das Ganze jetzt hier auch um 2, 3 Punkte nochmal verringern können. Aber es ging mir wirklich darum, dass jeder jetzt hier versteht, wie man das Ganze prüft. Und ein weiterer Hinweis. Es handelt sich bei der Aufrechnung im Übrigen um ein Gestaltungsrecht. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Gestaltungsrecht ist. Wir haben bereits andere Gestaltungsrechte kennengelernt. Zum Beispiel die Anfechtung oder auch den Widerruf. Bei der Anfechtung haben wir ja auch geprüft Anfechtungserklärung. Das wäre hier die Aufrechnungserklärung. Dann haben wir einen Anfechtungsgrund gebraucht. Beziehungsweise eine Anfechtungslage hätten wir es auch nennen können. Hier haben wir die Aufrechnungslage. Und als dritten Punkt haben wir dann eben kein Ausschluss der Anfechtung. Beziehungsweise kein Ausschluss der Aufrechnung. Und Gestaltungsrechte werden immer in diesem Dreierschritt geprüft. Das werdet ihr später auch noch feststellen bei anderen Gestaltungsrechten. Fangen wir nun an. Mit dem ersten Punkt, nämlich der Aufrechnungserklärung nach § 388 BGB. Und ich möchte euch die Norm einmal hier kurz vorlesen. Wie immer, bitte schlagt die Paragrafen mit auf. Das erleichtert euch später die Suche nach den Paragrafen um einen großen Teil. So, ich lese vor. Die Aufrechnung erfolgt durch Erklärung gegenüber dem anderen Teilpunkt. Das heißt also, wir brauchen eine Aufrechnungserklärung. Dieser Prüfungspunkt wird im Regelfall völlig unproblematisch sein. Im Übrigen muss auch hier nicht, genau wie bei der Anfechtung, das Wort der Aufrechnung fallen. Das reicht vollkommen aus, wenn der Erklärende dem Erklärungsempfänger deutlich macht, dass er den geltend gemachten Anspruch mit einem anderen Anspruch zum Beispiel verrechnen möchte. Ja, das möchte ich hier nochmal ganz kurz erwähnen. Dann kommen wir schon zur Aufrechnungslage. Und in der Aufrechnungslage beginnen wir die Prüfung mit der Feststellung der Hauptforderung und der Gegenforderung. Und jetzt bitte ich euch einmal ganz genau aufzupassen. Denn wir müssen feststellen, wir haben ja zwei Forderungen. Wir müssen genau feststellen, welche der Forderungen die Hauptforderung ist und welche die Gegenforderung ist. Das ist immens wichtig. Merkt euch bitte jetzt diese zwei Sätze. Die Hauptforderung ist die Forderung des Aufrechnungsgegners und die Gegenforderung ist die Forderung des Aufrechnenden. So, heißt für uns also. Derjenige, der gerne aufrechnen möchte, das ist der Aufrechnende. Der andere Teil ist der Aufrechnungsgegner. Heißt also, wenn jemand von einem anderen einen Anspruch haben möchte, zum Beispiel Geld, 1000 Euro. Dann ist derjenige, der diese 1000 Euro haben möchte, der Aufrechnungsgegner. Das ist also die Hauptforderung. Also das, was der Aufrechnungsgegner haben möchte, ist die Hauptforderung. Derjenige, der dann aufrechnen möchte mit einem anderen Anspruch, ist dann der Aufrechnende. Und somit ist die Forderung des Aufrechnenden dann die Gegenforderung. So, schauen wir uns jetzt noch einmal das Schema an, oder die Skizze besser gesagt, unseres Ausgangsbeispiels. Dann werdet ihr das Ganze noch besser verstehen. Also wir haben A und wir haben D. Wir erinnern uns noch an den Fall mit der chinesischen Ming-Vase und der Reparatur der Tischlampe. So, wer ist jetzt hier der Aufrechnende? D ist die Aufrechnende. Sie erklärt die Aufrechnung. Der Aufrechnungsgegner ist immer derjenige Teil, der die Aufrechnungserklärung bekommt, sprich der Empfänger der Aufrechnungserklärung. Das wäre jetzt hier der A. Somit, wenn wir uns jetzt mal oben unsere beiden Sätze nochmal angucken, wird uns klar, okay, der A, das ist derjenige mit der Hauptforderung. Weil diese Forderung ist ja die Forderung des Aufrechnungsgegners. Er fordert von der D hier, ich glaube 3400 Euro waren es, genau 3400 Euro. Die D fordert dann im Gegenzug von A 200 Euro für die Reparatur der Tischlampe. Also, das wäre dann eben hier die Gegenforderung. Punkt. Das müssen wir hier in diesen ersten beiden Schritten einmal kurz feststellen. Und das wird uns die Prüfung um ein Vielfaches erleichtern. Dann kommen wir zum nächsten Prüfungspunkt, nämlich die Gegenseitigkeit der Forderungen. Ja, wenn wir das Ganze definieren müssten, müssten wir schreiben, der Gläubiger der einen Forderung ist der Schuldner der anderen Forderung. Sprich, beide Forderungen müssen sich auf beide Personen beziehen. Der Schuldner der einen Forderung ist der Gläubiger der anderen Forderung. In unserem Beispielfall wäre hier die Dilara D, die Schuldnerin der Forderung aus § 433 Absatz 2 BGB und die Gläubigerin der Forderung aus § 631 Absatz 1 BGB. Und A hingegen wäre der Gläubiger der Forderung aus § 433 Absatz 2 und der Schuldner der Forderung aus § 631 Absatz 1 BGB. Punkt. Mehr müssen wir hier gar nicht schreiben. Dann kommen wir zur Gleichartigkeit der Forderung. Die Forderungen müssen gleichartig sein. Und das ist meistens der Fall, wenn es sich um Geld dreht. In unserem Beispielfall geht es eben in beiden Fällen um Geld. A möchte 3400 Euro haben, die D möchte 200 Euro haben. Folglich haben wir eine Gleichartigkeit der Forderung, weil es sich in beiden Fällen um Geld dreht. Und meistens wird es sich auch um Geld drehen. Also ich habe selten mal Fälle gesehen, wo es nicht um Geld ging bei einer Aufrechnung. Es kann aber sein, dass eine Aufrechnung mit vertretbaren Sachen nach § 91 BGB auch vollzogen werden kann. Schlagen wir diesen einmal kurz im Gesetz auf. Man kann auch mit Sachen aufrechnen, ist aber wie gesagt relativ selten. Es müssen aber bestimmte Sachen sein. Es können nicht alle Sachen sein. Ich lese einmal vor, § 91 BGB. Vertretbare Sachen im Sinne des Gesetzes sind bewegliche Sachen, die im Verkehr nach Zahl, Maß oder Gewicht bestimmt zu werden pflegen. Das heißt also, es muss sich um Sachen handeln, welche konkret bestimmt werden können. Zum Beispiel nach dem Gewicht, wie viel Kilogramm, wie viele Tonnen einer Sache sollen hier übergeben und übereignet werden. Ja, oder wie viel davon, welche Anzahl, 10 Stück, 20 Stück, 50 Stück und so weiter und so fort. Hier kann eine Aufrechnung auch grundsätzlich vollzogen werden, wenn beide Seiten vertretbare Sachen von der anderen Seite fordern. So, jetzt wird es extrem wichtig. Der fünfte Prüfungspunkt ist die Durchsetzbarkeit und die Fälligkeit der Gegenforderung. Ja, man könnte das Ganze jetzt auch nochmal ergänzen um einen weiteren Punkt, nämlich das Bestehen der Gegenforderung. Denn hier müssen wir jetzt, und das machen wir inzident, das heißt wir prüfen jetzt quasi in der Prüfung eine weitere Prüfung. Denn, wie ich bereits erwähnt habe, müssen wir ja feststellen, ob der Aufrechnende oder ob der Anspruch des Aufrechnenden überhaupt besteht. Ja, wir prüfen ja jetzt hier, wenn wir jetzt mal auf unseren Beispielfall uns beziehen, wir prüfen ja jetzt gerade hier den Paragrafen 433 Absatz 2 BGB und haben bereits festgestellt, dass dieser Anspruch entstanden ist. Aber die Frage ist ja, ist auch der Gegenanspruch, ja, in diesem Falle entstanden? Und das müssen wir jetzt hier einmal kurz feststellen, wie ich bereits gesagt habe, innerhalb der Prüfung. Wir machen dann quasi innerhalb der Prüfung eine weitere Prüfung eines anderen Anspruchs und würden jetzt hier zum Beispiel Paragraf 631 Absatz 1 BGB durchprüfen, ob dieser Anspruch in diesem Falle entstanden ist. So, nachdem wir das gemacht haben, und deswegen habe ich jetzt hier auch eine, ja, so eine durchgestrichene Linie für euch hier hingemacht, müssen wir danach nochmal die Durchsetzbarkeit des Anspruchs feststellen. Ein Anspruch ist logischerweise durchsetzbar, wenn keine rechtshemmenden Einwendungen diesem gegenüberstehen. Rechtshemmende Einwendungen haben wir jetzt noch nicht besprochen an diesem Punkt. Das machen wir zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb dieser Videoreihe, dementsprechend greife ich das jetzt schon mal vor. Ja, meistens ist aber der Anspruch durchsetzbar. Und wir brauchen die Fälligkeit des Anspruchs. Wann ist ein Anspruch fällig? Ein Anspruch ist fällig, wenn der Gläubiger eine Leistung fordern kann und der Schuldner diese auch erbringen kann. Ganz wichtiger Satz, bitte merkt euch das. Die Fälligkeit und die Erfüllbarkeit sind grundsätzlich in Paragraf 271 BGB geregelt. Ja, so ein bisschen schwammig, dementsprechend würde ich mich nicht auf den stützen. Aber nochmal, ein Anspruch ist fällig, wenn zum einen der Gläubiger die Leistung fordern kann. Und das ist auch der wichtigste Punkt und der Schuldner diese auch bewirken kann. Ganz wichtig. Demgegenüber muss die Hauptforderung erfüllbar sein. Und die Erfüllbarkeit ist ja ein Minus zur Fälligkeit. Sprich, die Erfüllbarkeit setzt lediglich voraus, dass der Schuldner hier die Leistung erbringen kann. Und die Hauptforderung, die muss, wie bereits gesagt, nur erfüllbar sein. Und dann sind wir auch schon durch mit der Aufrechnungslage. Ja, so einfach ist es. Das war es dann schon. Und zum Schluss würden wir dann noch zum dritten Prüfungspunkt kommen, zum dritten großen Prüfungspunkt. Die Aufrechnung darf nicht ausgeschlossen sein. Wann kann etwas ausgeschlossen sein? Es gibt immer zwei verschiedene Fälle. Einmal der vertragliche Ausschluss. Der liegt natürlich vor, wenn individualvertraglich bestimmt worden ist zwischen den Vertragsparteien, okay, die Aufrechnung wird ausgeschlossen. Für uns viel wichtiger ist jetzt hier der gesetzliche Ausschluss. Weil der gesetzliche Ausschluss, den finden wir logischerweise im Gesetz wieder. Und dort gibt es drei Normen, welche wir uns unbedingt merken sollen. Das ist zum einen einmal der Paragraf 392 BGB. Das ist eine Aufrechnung gegen beschlagnahmte Forderungen. Das kann unter Umständen ausgeschlossen sein. Ich bitte euch darum, diesen einmal bitte durchzulesen. Wir werden jetzt hier uns nur kurz den Paragrafen 393 BGB anschauen, weil das ist mit Abstand der Wichtigste. Die anderen beiden sind für uns jetzt hier gar nicht so wichtig. Sprich Nummer 1 und Nummer 3. Auch der dritte Punkt, die Aufrechnung gegen unkenntbare Forderungen, ist wirklich etwas, was jetzt nicht so häufig irgendwie drankommt. Dementsprechend ist für uns hier der zweite Punkt, die Aufrechnung gegen Forderungen aus Paragraf 823 und folgende BGB. Hier sehr wichtig. Ich lese einmal vor. So, erstmal den Paragrafen aufschlagen. Ich bin jetzt hier noch bei Paragraf 91 BGB. So, Paragraf 393 BGB. Ich lese vor. Überschrift, keine Aufrechnung gegen Forderungen aus unerlaubter Handlung. Gegen eine Forderung aus einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung ist die Aufrechnung nicht zulässig. Und dazu ein Beispiel. Hansi H. macht einen Anspruch aus Paragraf 823 Absatz 1 BGB gegen Jacqueline in Höhe von 1200 Euro geltend. Dieser möchte die Forderung des H. ihrerseits mit einer Forderung in Höhe von 1500 Euro aus Paragraf 433 BGB verrechnen lassen. Geht das hier? Nein, geht nicht. Warum? Weil der Paragraf 323 BGB sagt, dass wir nicht gegen Forderungen aufrechnen können, welche aus einer unerlaubten Handlung stammen. Unerlaubte Handlungen sind solche Ansprüche aus dem Paragrafen 823 fortfolgende BGB aus dem Deliktsrecht. Und wenn jetzt H hingeht und ein Anspruchsparagraf 823 Absatz 1 BGB geltend macht, kann die J hiergegen nicht aufrechnen. Punkt. Und jetzt nochmal ganz wichtig. Auf der anderen Seite, wenn jetzt zum Beispiel die J ihrerseits 1500 Euro von H haben möchte in erster Instanz und der H dann sagt, Moment mal, ich habe hier noch eine Forderung von dir über 1200 Euro aus Paragraf 823 BGB, das würde gehen. Weil in diesem Falle würde der H ja nicht nicht gegen eine Forderung aus unerlaubter Handlung aufrechnen, sondern gegen eine vertragliche Forderung. Das würde in diesem Falle gehen. Ganz wichtig, das zu verstehen, weil das kann gerne mal drankommen. So. Einmal tief durchhaben, wir sind durch. Ich hoffe wirklich, dass ich euch mit diesem kleinen Video hier die Aufrechnung etwas näher bringen konnte. Im Grunde war es das auch schon. Das sind wirklich die allerwichtigsten Punkte, die wir hier brauchen. Mehr ist es im Grunde nicht. Und ihr seht, das Ganze ist wirklich im Grunde eigentlich super easy, wenn man es einmal richtig verstanden hat. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch mal wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und Zuhören. In den nächsten Folgen schauen wir uns dann nochmal so die restlichen Erlöschungsgründe an, welche hier nochmal übrig geblieben sind. Das ist zum Beispiel einmal der Erlassvertrag, der Aufhebungsvertrag, die Innovation und die Konfusion. Das sind vier Erlöschungsgründe, welche wir innerhalb von einem Video machen. Ganz kurz, das ist eigentlich nicht so wichtig. Und danach geht es dann so richtig los mit dem Rücktritt und den Schadensersatzansprüchen aus dem Schuldrecht AT. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Paragraf 31.